Was geht ab Leute? Heute dürft ihr mir dabei zuschauen, wie ich über 200 Lucky House Kapseln öffne. Wohoho, das wurde ein Spaß. Tja, ihr fragt euch natürlich sicherlich, wie kam es denn überhaupt dazu? Nun ja, bekanntlich gab es ja eine kleine Änderung im Lucky House vor ein paar Wochen. Und zwar konnte man ja in diesem roten Kapselautomat früher immer 105er Eugenschwaffen finden. So, jetzt kann man dort Level 115er Eugenschwaffen finden, die zum einen natürlich viel mehr Schaden machen und zum anderen, das ist eigentlich das Besondere an ihnen, die so eine passiven Buffmöglichkeit haben. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, am besten schaut ihr euch einfach mal die Shops in Uro und Alba an, dann werdet ihr bald auch mal so eine 115er Waffe sehen. Zum Beispiel beim Einhand kann ich mich noch dran erinnern, weil das so, dass sich der Schaden für 10 Sekunden oder so, also der Schaden und die Verteidigung für 10 Sekunden oder so um, ich glaube 10% oder so erhöht. Und, wohoho, ja, ich weiß, hört sich vielleicht nicht so viel an, aber im High-End-Bereich macht das natürlich jede Menge aus. Vor allem, ja. Ähm, vor allem führt das natürlich auch dazu, dass sich der Wert dieser Waffen in einem extrem hohen Bereich befindet. So könnt ihr, je nachdem welches ihr bekommt, bis zu, ja, ich schätze mal 20 bis 30 Jam an einer so eine Eugenschwaffe verdienen. Wenn es beispielsweise eine für Mages mit guten Stats ist, dann ist das wirklich realistisch. Und ein weiterer Vorteil ist ja, dass ihr in den roten Kapseln da nicht nur die Chance auf diese Waffen habt, sondern auch jede Menge ein tolles Zeug findet. Im Prinzip ist das auch so eine Art Test, ja. Ich wollte testen, ob es sich statistisch gesehen lohnt, jeden Tag, ähm, diese Coins zu kaufen. Ähm, falls ihr es nicht wisst, es gibt ja so eine Levelgrenze ab Level 70 oder 75, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, kann man täglich 100 von diesen Coins, ne Quatsch, 100.000 von diesen Coins kaufen, ja. Vorher sind es nur 10.000 und, ähm, ja, das ist halt, äh, wesentlich effizienter natürlich, weil ihr einfach mal 10 Mal so viel pro Tag kaufen könnt, so. Ähm, deshalb habe ich mir über, ja, ungefähr zwei Wochen oder so immer jetzt diese Coins geholt. Ähm, insgesamt an Gold ausgegeben habe ich dafür knapp 22 Gold. Ähm, joa. Ähm, wie schon gesagt, ihr könnt da halt auch, ähm, alles mögliche andere finden, von Buffrollen bis zu Steinen. Ähm, das Besondere ist, dass ihr sogar T5 Steine dort finden könnt, ja. So hatte ich das Glück, dass ich einige von denen, ähm, ja, äh, dort bekommen habe. Das werdet ihr dann auch noch später sehen. Auf Teva ist das so, dass, ähm, Lix T5 so, äh, pro Stück 6 bis 8 Gold wert ist, je nachdem welches Segens- und Glückszeug, ist ja mal so ein bisschen mehr wert. Ähm, Xier T5 ist auf Teva zwischen 65 und 70, äh, Oh man, das hat sich bestimmt voll schräg angehört, oder? Äh, zwischen 65 und 70 Gold wert. Überlegt, eine Kapsel, äh, Quatsch, ne, nicht eine Kapsel, wie viele Kapseln kriegen wir eigentlich für 100.000? Äh, wenn eine 5000 kostet, 20, 20 Kapseln ein Gold. Habe ich das richtig gerechnet? Ja, ich glaube schon so. Gut, also, wie gesagt, und ein Xier T5, ein einziges, ist einfach mal, äh, so an die 70 Gold wert, ja? Ähm, ja, ist ja nur egal, ihr seht es später so oder so. Und zwar hatte ich das Glück, ein Xier T5 aus einer Kapsel zu ziehen, Ähm, was mich natürlich extrem gefreut hat, da ich so allein schon durch dieses eine einzige Ding, ähm, ungefähr, rödödödö, 40, ja, 40 bis 50 Gold Gewinn gemacht habe, ja? Was natürlich total toll ist. Ähm, dazu kommen halt noch die Lix T5, die ich gefunden habe, und auch die ganzen Zaubermachtrollen. Bei den Zaubermachtrollen war mein Problem, dass ich leider nicht genau weiß, wie viel die überhaupt wert sind, ja? Da muss ich mich nochmal erkundigen, aber ich glaube, zumindest ZM, T4 und T5 dürfte jeweils ein paar Gold, ja, zum Verkaufen bringen. Ähm, ja, ähm, natürlich, was mir aufgefallen ist, dass es nach einer Zeit echt anstrengend ist, diese komischen Kapseln aufzumachen, ja? Ha, mir tat danach richtig der Arm weh, keine Ahnung, durch dieses viele Klicken. Und deshalb, damit ihr diesen, dieses, äh, das nicht, äh, so oft machen müsst, würde ich euch empfehlen, das wie ich zu machen, die Coins halt jeden Tag zu holen, so bis ihr ja vielleicht eine Million oder so davon habt, und halt dann erst die in Kapseln umwandelt. Ähm, weil, wie ihr seht, habe ich natürlich auch erstmal eine komplette Inventarseite freigemacht, damit sich dieser Prozess etwas beschleunigt, denn glaub mir, nach einer Zeit ist das richtig nervig. Das Problem ist auch, ihr zieht ja auch ziemlich viele T4-Rollen und Steine. So eine T4-Rolle, eine einzige ist auf T, war 100 Silberwell. Trotzdem habe ich die alle immer an diesen, äh, Shop-Typen, der da steht, verkauft, einfach um es schneller zu machen, ja? Wenn ihr noch mehr Gewinn machen wollt, äh, dann könnt ihr natürlich, wenn ihr ein ordentliches Lager und so habt, könnt ihr natürlich diese T4-Rollen da auch einsortieren, also jetzt mal abgesehen von ZM natürlich. Bei mir war das irgendwie zu umständlich, ständig wegen einer Rolle dann wieder dahin und dann erstmal suchen, wo ist denn jetzt der Stack von den, uh, Treffen-T4-Rollen. Ne, hab ich mir gedacht, da hab ich keinen Bock drauf, weil ich einfach alles immer an den, diesen einen Typen da verkauft, da müsst ihr mal gucken, wie der heißt. Auf jeden Fall könnt ihr da das Zeug richtig schnell verkaufen. Ähm, ja. Wie gesagt, ich wollte hier eigentlich untersuchen, ob es sich lohnt. Auf Teva, natürlich ist es jetzt kein riesig, riesengroßer, statistischer, oh Gott, statistisch, oh je, aussagekräftiger Wert. Aber, ich kann sagen, diese über 200 Kapseln haben sich mit einer, ja, mit einer stolzen Menge Gewinn gelohnt zu kaufen, ja? Ja, die Sache ist ja, ich hab das, äh, Lucky House, ne ziemlich lange Zeit, hier ist dieser Verkaufstyp, der was, naja, so. Wie gesagt, ich hab das Lucky House ne ziemlich lange Zeit, ähm, komplett links liegen gelassen. Ich frag mich, wie viel Gewinn ich gemacht hätte, wenn ich, äh, immer, jeden Tag, keine Ahnung, bestimmt mindestens 200, vier mehr eigentlich Tage, an denen ich einfach mal gar keine Coins gekauft hab, ja? Naja, was soll's, um nochmal den Gewinn grob zusammenzurechnen, Zwei ZM T5 Rollen, schätze ich mal auf 3 bis 4 Gold pro, ähm, ein Lix T5, etwa 6 bis 8 Gold, dann so ein Segens Lix, äh, T5, sag ich einfach mal 8 bis 10 Gold, so, der super tolle Xeer T5, 70 Gold, mal eben zusammengerechnet, ja, so in etwa 85, rund, ähm, Gold, Gewinn, das, dann subtrahieren wir da mal eben diese 22 Gold von, sind wir bei einem Reihengewinn von, ja, mal schauen, etwa 60 Gold, vielleicht sogar mehr, damit bin ich wirklich äußerst zufrieden, und ich werde jetzt weiterhin jeden Tag mal ein, eines Gold, beziehungsweise, also das eine Gold, pro Char, in Coins umwandeln, denn eigentlich, hab ich es ja, und ihr wahrscheinlich auch, auf diese 115er Orange Waffen abgesehen, die dann, diese Gewinnkurve nochmal so extrem erhöhen können, außer ihr habt jetzt vielleicht irgendwie so eine komische Cleary Waffe oder so, ja? Aber wie gesagt, das Lucky House lohnt sich definitiv, ich wünsche euch viel Glück bei euren Kapseln, auf das ihr viele T5 Steine und Orange Waffen habt, yay! Gut, ja, das war's dann auch schon wieder, macht's gut Leute, haut rein, viel Spaß beim Zocken!